Ich begrüße euch zurück auf meinem Channel PartyHardwriters und Start, yeah man, hier ist die erste Challenge auf meinem Kanal, so, zieht es euch rein, bis dann, ciao. Wo ist denn die? Let's zzzz go. Schön, wie Herrschaft, wa? Schade, ich muss nicht. Du hast noch zwei Minuten. Ich bin immer noch mit dem Spring auch wirklich mit hinten angebumst. Chill mit Schworte, Schalldämpfer. Wie ich die hochzieht, die Waffe. Nice. Gott ist eben, würde ich es nennen, aber es ist nicht so. Ja, klar, verpist die, du Pänner. Ich hasse so eine... Du hast noch eine Minute. Mhhh, Mist, putti, da einfach nur Hedlitsch, wie so eine Pussy. Wie viele Kids hab ich? Zwei? Ja, zwei. Nice. Und, ja... Tschüss, äh, seine Mutter ist wirklich so ein fettes Eselsvieh. Ja, und dann klappt man mir in den Kabel. Ich hab eh voll abgeschissen. In das Landgame. Ja. Das war echt mega Glückwunsch. Du hast noch 30 Sekunden. Es war so typisch, dass dann wieder irgend so ein Scheiß-Bimbo-Kind von hinten kommt. Hä, wo ist der hin? Vier. Vier. Vier, vier, vier... Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sech, fünf, vier, zwei, arnos, femach, eins... Fünf, Und, jetzt ist es eine Runde. reinsない. Okay, what the fuck? Meine Teamaneously haben schon Geist! Die dachten wir wieder nicht. Alles, was erklärt wird, ist voll so ein Druck. Das ist echt so. Nummer 2, 40 Sekunden gerade mal gespielt, 3. 4. 5. Eine Minute hat es noch. Nein, eine Double Kill, sieben Stück hat er schon. 8. 9. Nein, Mark. 9 gehts, du hast noch genau 25 Sekunden. 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Out. 7. 11 Kill, nice. Der nächste, ich glaube es geht noch, oder? Nein, sicher. Geht doch, Stück nach mal 2, 2. Ah, wenn die jünger ist, was ist das, Mann. Kill number 1 hat er gemacht, Ludi? Go, Ludi. Ah, der ist... Mann. Was ist das für eine Scheiße? Mann. Nummer 2. Eine Minute, 10 Sekunden hast du noch. Ja, Mann, komm. Ich krieg immer diese Hackshows zu Map-Granaten in die Fresse, Alter. Ja. Okay, klappt. Was ist das? Du Jude. Ich hasse es. Du fühlst dich gut aus, noch? Diese hohen Dorn, ich kann nicht mehr hochziehen gehen. Nummer 3. Da, Mann. Hör auf, Jack-Klitschen. Was ist das? Ja, Tim, er drückt mich gegen das Auto. Und so. 20 Sekunden noch. Nö, Alter. 5, 4, 3, 2, 1, Rrrr, Ende. Ich dachte, du mal drinnen. Bleibst du drinnen? Nein. Okay, let's go. Nummer 1. Feindlicher Geist. Das ist doch schwarze nicht, Alter. Du kannst ja da drin bleiben. Ich kann nicht machen. Geh raus. Seid ich so gerne. Nummer 2. Eine Minute bis 20 hast du noch. Der Schattenfall nimmt einfach die Reichweite. Dann ist das so scheiße. Ja. Der kämpft da. Du bist keine Ahnung, das. Ja. Eine Minute bis 20. Na, alles gut. Ja, ich bin hier. Alles klar. 40 Sekunden noch. Kann ich weg, du Essigkeit, Alter. Ich bin stehen zu lassen. 25 Sekunden. Der dritte Abschuss. Ja. Der wird flammiert. Okay, vierter Abschuss. Fünf, vier, drei, zwei, eins, out. Damit ist das beendet. Ich bin nicht letzter geworden, Leute. Ich kann mich glücklich schätzen. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die allererste Challenge hier auf meinem Kanal von BO3. Wir machen natürlich weiterhin so ein Kram jetzt. Wir gehen natürlich auch so ein bisschen in die Richtung und ihr denkt euch jetzt bestimmt so, hä, war das das schon? Wo ist die Bestrafung für seinen kleinen Bruder? Ja, Leute, die folgt auf jeden Fall die Woche und so. Ich wollte das Video nicht zu lang machen. Deswegen habe ich das alles so ein bisschen gecuttet und habe gesagt und so. Wir machen das in zwei Videos und die Bestrafung kommt jetzt auf jeden Fall die Woche noch hochgeladen bei mir. Und da wird es auf jeden Fall nochmal richtig lustig. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und so. Denkt daran, bewerten und kommentieren nicht vergessen und so. Und wenn ihr mehr von so einem heißen Scheiß sehen wollt und so, schreibt mir. Bis dann, euer Red Times.